man sollte ins dschungelcamp gehen wie der andere normale auf ich versuche mich jetzt mal ne scout und peacekeeper konzentrieren das ist nicht drin bei mir aber das war es auch schon leckt mir doch an zuckerli oder was denn hier wir das wirklich tun schmeckt erste sahne so kommst du da hin ja im sitzen ja aufs brot ich habe eigentlich auch gedacht aber die wand hier ist die tür offen aber nichts gelootet blau schild lila max das leicht habe ich mir schon stil ist wenn du mir eins im tausch anbieten kannst aber hier aber ich muss es dir wenigstens anbieten hier ist ein erweitertes leichtes magazin stufe 2 er schreibt mir hier ich nicht nein 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 könnte deine frau die hört sich anders an warte mal die hört sich anders an als ich genau genau so hört sie sich an heute nicht aber wo sind die denn jetzt hinten die sind doch hier mit gelandet oder nicht ich habe doch ein tresor schlüssel ne ich sage wir gehen hier entlang in dem haus zweites stockwerk oder so also nicht unten ich glaube ich bin ein oder zwei hoch und zwei heavy halten da hätte ich ein feuer modus das hier war gefunden für die prowler hätte ich da auch das mitgenommen ja aber leider hätte hätte fahrradkette seid schon so weit weg ihr lasst mich immer ja du bist halt alt du bist super langsam also ich dachte gerade was passiert hier super und den dings rucksack habe ich schon einen goldenen warte mal kessie brauchst du das hier bei mir backt dieses voll der ring schließt sich macht die ganze zeit die landes standardschaft wir müssen ein bisschen laufen jetzt zwei todel toll kinder hinten und vor uns ist ein fight neuer kehlspitzenreiter bestimmt hä? wo seid ihr? neuer kehlspitzenreiter, Achtung Achtung, liefere Kehrpaket aus Kehrpaket ist unterwegs oh, wir müssen auch weiter ja und ich bin dick, kann nicht so schnell aber hier vorne ist ein balloon die können wir eigentlich taken oh, hier ist eine goldene kiste steps wir müssen ja nur voll reinrennen, oder? ich gönne meinen Schild, meine Aufladung was ist das? oh, da oben, da ist noch einer die sind beide hoch broke Schild ist gebrochen, Schild ist gebrochen ja, Schild ist komplett weg ah jetzt wird gelingen einer weniger nein oh, Alter ich zieh einfach durch, ich geh zum Ballon und hau ab wir haben noch jemand bei sich für, das ist die gute Ablenkung ab zum balloon ich hab nen kill warum hab ich nen kill? tick, 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 weil ich dir geholfen habe danke ich kann nicht sippen ja, die kommen hinter uns ja, die kommen hinter uns ja, die pack ich doch einmal mein Skateboard aus kommen die hinter uns ich bin nämlich weiter von euch entfernt äh ja, irgendwie kann ich nicht fliegen ne, die gehen doch, die sind bei uns ich hänge fest, alter, was ist denn los? ich geh hier hin ich geh hier hin lass uns diesen Weg nehmen ich muss mich heilen für eine Sekunde ja, die kommen hier oben auf dem Felsen ich geh hier hin ich geh hier hin ich geh hier hin genau da warum geht da kein Shot rein? Schild ist gebrochen einen hab ich da sind zwei Squads zwei hab ich ja also links hab ich zwei die rechten müssen wir aufpassen ich krieg keinen Kill? Besteh dich, der Kill lifeline, kein Schild hinterm Auto ich hab keine Granaten leider da kommt noch was links links ja ne, kommt nicht mehr ist die da nicht mehr? die ist durchgezogen glaube ich du musst mich nur zusammenflicken jetzt sind die in den nächsten Fight geraten jo rein da vielleicht kriegen wir noch was ab ich sehe sie nicht lass noch ein Stückchen weiter ne die sind ganz schön weit gekommen mhm da oh hier vorne hier hinter Octane hat 68 bekommen nein danke einen hab ich hast du einen? sie hat einen hab auch einen Moment er hat ein Goldschild hast du eine? sofort zack direkt neben mir oh war ja war ja ein Präzisionschoke oder so oder ein bisschen schrubelnden money oh die nächste Zone alter ist das dein ernst? oh nein der Ring bewegt sich oh die ist weit oh die ist kein Ballon an hier kacke straight drauf zu wir sind schneller als die Zone alles cool immer durch die Hose atmen ich laufe ich laufe ich hab kein ich hab noch eine Batterie welche ihr lauft weiter links ich komm ein Stück zu euch rüber ich hab auch nur eine Batterie aber 12 oder 16 kleine wer kommt da? ach wenig aber wir schaffen das easy kurze pause lecke mich zusammen da gönnt sie sich auf dem Weg noch eine Spritze links oder rechts lang ich schließe mich euch an mir ist es egal ich bin hinter euch der Klass mit diesem Tag wurde eliminiert oh Voodoo schade dass ich jetzt das vierfach nicht dabei hab warum? ich brauchte kleine Batterien oder kleine was hast du gesagt Cassie? ich mit dem Gans spiele achso ich hab einen Zweifer ne ich hab 11 ja ok ich achso du zwei wollen wir hier direkt rüber zippen? geht nicht zu viel egal kommen sie rein da ja auch nicht zu weit rein zwei feindliche Squats bis es nicht mehr geht sind nur noch zwei Squats na die sind safe da oben drauf die sind unter uns unter uns nein obendrauf oder? nein nein nice mach einfach mal aus Sicherheit wo ist der hingekrochen? gar nicht hinter die Kante oh über mir aua 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 ich verpässe mich wurde gesichtet das ist schlecht über uns ja einer ist da hinten und einer ist über uns das sind aber zwei verschiedene Squats wir müssen eh hier zurück oder? wir müssen links rum hier hoch ich geh hier hoch freunde lasst uns diesen weg nehmen na die fighten jetzt ja können sie machen optimal für uns 62 auf blau der da hinten sind hier absolut open field oder alle an der Scout am Stelle der kommt hier hoch kommt hier hoch die charge rival ach nein ich hasse sie ja wenn man sie nicht selber hat das wird nicht lustig geht hier nicht einer? oder? ja und da ist sie schon einer steht noch weiter oben auf der Straße ja ich sehe nicht mehr ist er noch weiter hoch? der kleine dicke hey das bin ich komm er ist vor uns ich treffe ihn einfach nicht ich treffe ihn einfach nicht ich treffe ihn einfach nicht ich hab ihn gelohnt der schießt der ist weg ich bin weg ich bin weg ich habe keine großen Batterien mehr ich auch nicht hatte ich noch nie Moment wo ist der letzte? der steht irgendwo weiter hinten da oben irgendwo ja ich kassier die kam runter ich bin oben ich bin oben die haben die wieder aufgehoben die kommen jetzt brauchst du der alte Onkel Schmerzlob klopft an die Tür gescannt äh ja meiner deine? gut ja mein gefinished Voodoo Break auf blau einer ist cracked komm jetzt die Horschi kommt zurück hast du ist da noch einer? äh ich weiß nicht ich hab das eigen gesehen wo ist er? goldes Schild direkt unter uns kommt kommt ausgenommen es ist noch eine Bangalore nice hoi das ist ein bisschen zwei Röntgen zu tun ja ja dank euch ne ich weiß schon nichts wer ist denn das? wer ist denn das? wer ist denn das denn? Champions!